Musik Herzlich Willkommen zur feierlichen Eröffnung unserer Ausstellung Augenblickmal. Schöne Bilder aus zehn Jahren Messegeschichte. Ich darf natürlich auch begrüßen Frank Aurel, der Mann, dem wir diese schönen Aufnahmen hier zu verdanken haben. Herzlich Willkommen hier. Applaus Ich freue mich sehr, dass wir heute gemeinsam die Vernissage Augenblickmal im Rathaus der Landeshauptstadt durchführen. Die Freude für die Messe arbeiten zu dürfen und dann auch die Möglichkeiten zu haben, die Fotos so zu präsentieren, erfüllt mich mit Stolz. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020